Ein Mercedes-Benz B180 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei 3000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 122 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017